ja ich bin wohl wieder mega doppelt aber nicht voll ganz kurz stehen bleiben wir müssen noch warten auf Kino warten müssen ganz kurz hier stehen bleiben jetzt ist er gekommen zurück zu Gammel mit GMS den angeblich neuen Format G.G. Gammel mit GMS Gammel mit GMS und wir spielen Suchen Nutzerschein GMS Herr Kino ich seh dich gar nicht ja wenn ich noch nicht drin bin ich hab wieder meinen nächste Runde steigen sie wieder ein alles klar sie können du rackst die alle weg also ich bin momentan eins gegen zwei wir hatten schon vorher schon ein paar Runden aufgenommen aber da hatten wir leider immer technische probleme beziehungsweise einige leute mussten leider früher gehen und deswegen sind wir erst jetzt wieder dazu gekommen ordentlich aufzunehmen Witzler hat er schon und ich auch die ganze Zeit haben wir nicht gesehen das Ziel beschützen das Ziel beschützen hier die Ziele verteilen bist du schon drin Kino? ich lauf hinter dir her ja 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 hey ich seh dich gar nicht hä? ich seh dich wirklich nicht ich bin bei dir sicher? fuck ich bin tot Kino ich hab's gesehen ich hab's zu spät gesehen wo waren sie? KT Niko? ja? wo waren sie? bei der Mitte oh du weißt du es schon öfter nö der ist oben KT Kino liegt oben rum und er spielt einfach mit zwei Bomben oh Kino oh Kino easy hat er das gemacht das hab ich wirklich nicht gedacht dass er bei der Bombe jetzt kämpft also eigentlich hätt sie mir denken können aber ich wusste nicht dass er genau da jetzt kämpft er kämpft aber nicht bei der Bombe? klar in der Angstzeichen wo ist gleich erfährt oh ne ne oh ne hast du das nicht gesehen wenn du jetzt die Prozentzahl daneben sehen würdest jetzt nur 100% 200 eigentlich stimmt ja gut stimmt eigentlich 200 ich weiß nicht das Ding mit mir herläuft ist nicht intelligent ja ihr hattet doch die Fresse alter jetzt wissen die ja dass wir hintereinander laufen ja beide beide da einer oben einer unten wie er da schon wartet hat du kleine Mongo alter hast du die gemacht? ja beide einer unten einer oben alter nein was machst du denn da? jawoll ich habe auch gerade geplantet alles easy jetzt guck dir das an guck wie ich kassiere eigentlich hast du ihn geschluckt aber dann hat er fast einen Jahrhunderter hier das die mit ich habe auch gesagt wie ich das auch esslach das ne wieso wir Essa ich bin es nicht ich bin es nicht ich bin dir ich bin ich bin du ich bin Nee, ich hab mir leider eine Hütmarke gegeben. Wobei ich das gar nicht verstehe mit der DSR. Das ist unten ins 2A reingerannt. Easy. Alter, was der für eine Präzision hat, Alter. Ja, natürlich. Der ist unten bei der Bombe. Da verlegt sich was. Den hier zu gerne aus. Alter, scheiße. Wieso erwischst du mich immer beim Nachlauen? Andere Seite, andere Seite. Andere Seite, ja, einmal rum und bitte. Fein gemacht, Lenazin. Nein, nee. Kein Ding. Das ist doch eine blöde Idee. Er erwischst mich einfach immer beim Nachlauen. Ich frag mich auch, wieso er mich... Wieso hast du denn einen Hitmarker von der DSR bekommen, Alter? Ich wusste jetzt gar nicht, dass das dann Nicole ist. Guck mal, wie ich gerade hab. Ja, voll gut. Du hast es sogar nochmal seinen Kopf erwischt. Das sieht quasi komplett gerankt. Das sieht nicht gut aus. Das müssen wir wieder mal ein bisschen... Das müssen wir wieder mal ein bisschen aufrollen. Geht so nicht. Oh, Kratzjucken. Kratzjucken? Kratzjucken, ja. Ich muss eigentlich sagen, ich muss dich mal am Bein kratzen, weil es juckt. Da brauchst du Kratzenjucken. Kratzenjucken, das ist auf jeden Fall stark. Ich muss mich mal am Jucken kratzen. Ja, kannst du mir nicht erzählen. Bei B war einer. Wo waren die Kähne? Hinten bei... In Richtung B, hinten bei den Säulen. Richtung B. Nee, da unten nicht. Oh, lol. Ja, nice. Ja, kommst du nächstes. Ich hätte auch blenden können, aber ich hab hier so... Hast du die Fensterscheibe endlich einfach nicht gehört, dass ich... Ach, da hast du die Scheibe kaputt gemacht. Und ich dachte, da wäre jemand draußen rausgesprungen. Nee, ich hab meine Sounds richtig leise. Deswegen... Äh, Nico, du spielst mit nem Laser, warum ziehst du... Also ich schieße dich aus der Hälfte hören. Weil das präziser ist. Auf der Höchste schieß ich nur, wenn ich überrascht werde. Dann würde ich aber eigentlich den Laser rauspacken, warum ich aus der Hälfte schieße. Nein, nein, das bringt's ja. Ich schieße, wenn ich werde ganz oft überrascht, deswegen hast du Laser drinnen. Okay. Doch, wenn ich... Wenn ich einen überrascht, dann ziehe ich. Arm de flint. Ja, arm de flint. Boah, das wäre ich schon wieder angeschrieben, ey. Fuck you. Komm, als ob du zu Fame wärst. Ja, Luis, schreib mich an. So würden bei Bs anhalten. Boah, da fressen, Alter. Okay, nur mach gern Scheiß. Schön. Bitte. Ey, wo ist dein Horn zu sein? Nein. Oben, 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 oben. Der ist oben, der ist unten zur Bombe. Der ist unten. Ja, ja, nice. Ja, ich hatte ihn erwischt. Das war jetzt ein bisschen... Ja, von da, lol. Machst du denn? Ich hab mich gerade erst gefragt, wieso läufst du denn an dem vorbei, Alter? Wie du einfach nur von Arm gezählt hast. Ja, Junge, kennst du das nicht, wenn du so komplett ausläufst aus dem Arm? Nee. Nee? Kennst du nicht? B7, ich sag ja, erste Waffe. Da hat mein Herz drunter gehauen. Da. Ganz stark hat er das gemacht. Alter, hör auf, hinter mir herzulaufen. Ich lauf gar nicht hinter dir her, Alter. Schön Spaß, den, ne? Ja, wo lauf ich denn hinter dir her? Der ist Mitte. Eins. Einen haben wir. Der hat mich ganz knapp gesehen, Alter. Naja, aber knapp. Die sind beide, die sind beide Mitte. Knapp war was anderes, ne? Einfach warten, Geduld. Sie müssen planten, nicht du. Nein, der hat sie erledigt. Also ich wollte dir so einen schlauen Spruch bringen, weißt du? Hat sie aber irgendwie erledigt. Ja. Macht er gut. Fuck. Alter. Ich wollte, ganz ehrlich, ich wollte gerade sagen rechts, weil um hat jemand das Fenster zerstört, da wäre wahrscheinlich gar nicht rausgeschwungen. Ja, ich habe auch erwartet, dass da oben raus springt. Deswegen, hier. Siehst du, was ich jetzt gesagt hätte, wäre auch, äh, pass auf, was du machst. Boah, da hat der Schild seinen 1 zerlegt. Ja, guck mal, da siehst du sogar noch dieses da hinten, so Rundspritzen, so, Anna, was. Das musst du, das musst du rausschneiden. Oh, yeah. Ich schneide alle blutigen Szenen raus, alles klar. Ja, ne, 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 die Eisszene, wo das langspritzt, das finde ich, das finde ich ein bisschen anstößig. Ja, okay. Ja, das kann man nicht verantworten, hier. Ja, ist klar. Hat gefressen mit seinem Kackding. Ich habe keinen einzigen gefressen, ernsthaft. Die Bombe liegt oben. Die Bombe liegt oben A. Okay, er war schon da. Da, Alter. Alter, wie frisst du? Achtung, Achtung. Hey, du hast... Ich habe keinen... Da lag doch noch Schöne. Ey, ich habe gar nichts, Nico. Da war irgendwie klar, dass er da langkriegt. Bei mir war nichts, Nico. Guck, guck, guck jetzt. Achso, ah, ne. Jetzt bin ich noch richtig schön in die Beine. Ich mag das Scope von dem guten Stück nicht. Ja, auch nicht. Also auch DLC-Waffe. Ja, ich weiß. Easy werde ich hier gemacht, Alter. Keine Chance haben sie da. Oh, er hat schon geschossen. Mann! Nico, das ist so schlecht. Lass mich raten. Da steht nicht bei mir, ist das Scope mittendrauf. Ich weiß noch nicht, warum du in die Luft fliegst. Das fliegt so viel von mir. Loll! Was? Ich war schon hinter... Ich war hinter dem Auto, Alter. Da, da war deine schöne Fußspitze. Alter, hä? Wie er den da noch hat, Alter. Da, da war's locker noch nicht weg, Alter. Ich will keine Zeit angeschrieben hier auf... Geht mir ein bisschen um den Sack, ey. Du Porn suchen und zu hören. Ja. Du Porn schreibt mir gerade die ganze Zeit. Die wollen, die wollen noch... Bitte erneuern sie ihr Abo. Nee, die wollen eigentlich, dass ich mir Pornos reinstelle. Ja, okay. Kann ich verstehen. Das ist die größte Dreckswaffe. Geilste Dreckswaffe. Das war einfach wirklich so... Alter. Aber ich hab... Du was... Jetzt wollte er auch mal seine Gold-Ds erzeigen. Ja, Mann. Muss er. Aber ich hab vorhin schon einmal gescheckt. Dass er sich aber zu viel bewegt... Zack. In die Schulter. Ja. Schulterblatt weg. Direkt tot. Suchen und zerstören. Oh, yeah. Das Ziel räumen. Ladungen erlangt. Wo? Äh, wieder... Sniper-Position. Okay, easy. Dann kriegst du den locker. Kann nix. Tipp mal, Nico hat das Bömbli. Bömbli. Bin ernst, nein, miss. Ah, sie juckt. Ah. Was denn für eine Nase? Was in der Nase? Was in der Nase? Manchmal schon, ja. Manchmal. Manchmal. Ja, mit Sicherheit. Alle anderen wurden ausgeschaltet. Du entscheidest das Schicksal dieser Mission. Wo ist Yoshi hin? Ja, shit. Das kann ich nicht machen. Das kann ich nicht machen. Loi. Okay, nur. Ja, Mann. Da guck ich gerade in die andere Richtung, Alter. Da guck ich gerade in die andere Richtung, Alter. Boah, da fühl ich mich doch jetzt. Ich hab doch richtig gehört, dass da jemand ist. Ich hab's nämlich gehört gehabt. Deswegen. Ich hab gehört gehabt, dass da oben jemand rum... Scheiße! Ich feier das. Ich feier das. Eigentlich ganz ausgeglichen, ne? Ja. Aber eigentlich ganz gut. Also, ne? Eins hab ich. Mann, diese Knarre ist einfach zu okay. Hast du... Bist du die Gigi gegangen? Ja, ja, ja. Ja, ja. Das ist nichts, dass du kennst. Hat mich gemacht. Ja, boah, ey. Gitt's schon. Bo? Den noch. Was? Bo? Ah, okay. Ich weiß. Locker, der ist oben. Was ist da kommt da? Ich frage gerade so ein Ami im Video, ob er, äh, ich frage gerade so ein Mensch, ob er mit ins Video da Ja, so ein Ami will ins Video rein, unbedingt, aber ich schreibe ihm, ich schreibe ihm, geht gerade nicht, weil wir gerade zusammen sind, ja, der hat mich geedit, der meinte, ich wäre irgendwie so ein Snipergott oder so, keine Ahnung, ich habe gelabert, deswegen hat er mich geedit, weil ich dem einfach die ganze Zeit Quickscope gegeben habe, mhm, sagt er sich dann auch so, boah, der Typ, der ist so episch, mit dem muss man gespielt haben, Alter, zwölf Punkte bis zum Sieg, yo, normal ist das, normale Runde, guck mal, wie lange willst du sonst spielen, drei Runden, drei Runden normal, das ist viel zu kurz, aber gleich schon wieder ausmachen, ja, leider wäre viel cooler, wenn wir noch eine Runde spielen können, oh leid, einer down by B lang, von oben aus dem Fenster, ne, oben aus dem Fenster, da, ja, der ist Mitte gerannt, komplett veraimt, du plantest, der ist oben bei dir, oben bei dir, der wird B planten, äh, A planten, Entschuldige, ja, hab ich gewusst, ich hab's gewusst, dass du da kommst, Alter, ich hab's im O-Ring gehabt, da bist du reingerannt, da hab ich mir gedacht, entweder kommt er jetzt oben rum oder er plantet, und da kam er oben rum, mit der Schrotze, ja, mein Lieber, easy ist das, suchen und zerstören, das Ziel verteidigen, Drohne nähert sich, einer snipert, wie hast du das jetzt bitte schon gesehen, Alter, ja, ähm, Drohne vielleicht, und einer ist am Spawn, einer rennt zu A rein, die Drohne auch im Übrigen, ja, ich weiß, aber ich bin gerade, oh, ich würde sagen, Lennart, okay, er rennt zu B rüber, oder wer ist das da hinten, okay, der ist oben bei, ich würde sagen, das war der Sniper, da war er, sehr nice, der ist oben, Nico, ne, Nico ist oben, gerade, okay, über dir, ich weiß, wo er ist, nice, nice, easy hat er das, ja, weiß ich so gut von euch, muss man sagen, hab ich überall, hab ich überall, hab ich zu spät registriert, hat aber auch 100er Prezi gehabt, ey, easy, dann bringen die Möpse doch was, und zerstören, die Ziele verteidigen, der verwündete Vorräte unterwegs, dann gibt es ordentliches, ah, noch einer, nice, das war Leute, das war Leute, nice, das kann man, das kann man, das kann man Hunter Kill aber nur reinkillen, ja, da ist auch noch rot, das ist die zweite Hunter Killer wahrscheinlich, da hab ich schon zwei Hunter Killer, alter, ja, ich hab mir gedacht, so von wegen, ja, komm, den einen kannst du snacken mit der einen und den anderen mit der anderen, voll cool, wenn so zwei Hunter Killer in der Luft sind, direkt 100er, Junge. Direkt aber weiterschießen, dachtest du, du hättest die nicht gehabt oder was? Ja, ja, easy machen wir die, guck mal, 12,5, ganz einfach, easy und einfach, ja, krass, Eino ist oben, das war jetzt vielleicht ein bisschen dumm, ok, jetzt haben wir gesprungen, sehr schön, scheiße, scheiße, ich stand noch nicht, ja, ich hätt mich locker gekriegt, alter, da wurdest du gejagt, hier, und da, links, links, wo du herkommst, dann ich, komplett geraped, geräkt, Mama, geräkt, jo, so sieht's aus, Ziel ausschalten, wir haben die Bombe, Wohl, Oh, lol, guck mal, sag jetzt mal Planer. Ist so, hab einen. Ja. Da ist wieder Umgang. Alter, Alter, ich hab mich erschreckt. Alter, Alter. Alter, du musst das mal sehen, Junge, du musst das im Video sehen, wenn ich mich wie erschrocken hab, Alter. 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 Ich glaub, jetzt ist es schon zu spät. Er hat doch einen erwischt, oder nicht? Ja, jetzt kann ich nur snipen. Jetzt ist es leider ein bisschen zu spät gewesen, dass ich, äh, da wechsle. Oh, war einer bei A. Aber ganz schnell gefressen. Der andere ist auch oben. Der andere ist auch oben. Kannst du mir jetzt zählen? Keno. Alter. Nein, Leute, wie hab ich dich denn da gemacht? Bitte guck dir die Killkamera, Alter. Bitte guck dir die Killkamera, Alter. Ey, wie geht das denn? Ey, wie geht das denn? So, okay, nur jetzt. Jetzt denken die, die gewinnen, aber jetzt machen wir das. Jetzt machen wir unseren Plan. Oh, den Geheimplan. Wir gucken mal an, auch unseren Geheimplan, okay? Einfach auf alles schießen, was sich bewegt. Ey, das war unser Geheimplan. Insgeheim denken die das jetzt aber eigentlich. Ihr seid das ja gar nicht. Ja, ich weiß. Können nix. Können nix. Können nix. Können nix hören? Jo. Jo. Ich hab euch laufen, wär besser gesagt. Fuck, der ist oben bei B. Oben drinnen. Fuck. Er ist oben wahrscheinlich. Er ist unten. Genau. Ich hab Zeit. Er nicht. Rechts. Ja. Schaffst du nicht mehr. Nein. Ja. Schade. Du konntest nicht entschärfen. Ja, du hättest sowieso nicht mehr geschafft. War nur eine Sekunde. Easy. Geil. Ach so die Bombe. Flieg. 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 Und das Schild. Boah, Leute. Nein, Yoshi nur noch einen Sieg. Ja, das schaffen wir auch noch. Ganz easy machen wir das. Die Ziele beschützen. In Achtung. Feindliche Vorräte unterhören. Machen wir locker, Lennart. Jetzt hole ich dafür, dass wir das lassen. Ja, bestimmt, Alter. Feindliche Fernlenkladung im Einsatzgebiet. B-Spot. B-Spot. Alter, wie hab ich den denn nicht bekommen, Alter? Wie viel hast du denn bitte geschluckt? B-Spot. B-Spot. Mann. Kilo ist das? Nee, das ist, ähm. Okay. Ich hatte nämlich grad Angst. Bombe online. Du hast ihn gesehen. Nee. Mhm. War grad rechts im Bild. Ja, da weiterlaufen. Zeig jetzt mal ganz optimistisch. Das wird nix. Ja. Nice. Leut. Es... Nein! Wie kann ich dich verfehlen? Junge, Lennart, wie wärst du bitte geschluckt, Alter? Ich komm nicht drauf klar. Wär meine Waffe geil findet, lass mal gleich da. Ganz ehrlich, das sieht so scheiße aus. Das ist das beste, Alter. Ein besserer Skin-Dienst gibt. Nach eurem. Joschi, diesmal geh ich rechts. Das Ziel beschützen. Rechts! Wollte ich grad sagen, Alter, du Rassist, ey. Kleiner Rassist ist haben wir hier, ey. Find ich jetzt nicht so schlimm, Nico, also. Du sowieso nicht, du bist ja auch so einer. Der Opfer fehlt, die sind B. Beide. Hab ihn. Sonst ist niemand mehr übrig. Die Mission muss beendet werden. Alles E-Doppel-Z-D. Verschieb B. Der Spa-Spot, der hat das Fenster kaputt gemacht. Fuck, ey. Sag ich doch. Ich hab ihn nämlich gehört, dass er in die Tür aufgegangen ist, aber ich wusste nicht, wo er ist. Ich hab die Tür gar nicht aufgemacht. Irgendjemand hat die Tür aufgemacht. Irgendjemand hat aber die Tür aufgemacht, deswegen. Ja, durch die Tür. Ja, durch die Tür. Ja, durch die Tür. Wie so'n Scheiß-Wallhack, Alter. Ja, sorry von den X-Ray. Ja, wir machen das noch, Lennart. Wir machen das noch. 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 Ich sprang davon, dass ihr das macht. Okay, sorry. Ladungen erlangt. Na, wo ist er da? Du Süßer, das wollte ich dich grad fragen. Mein Süßer, das wollte ich nicht, weil das war normal. Okay, da fasst du einfach mal mega schlecht geaimt. Yoshi, down. Ey, Junge, du hast mir ruf, Alter. Du hast richtig viel gefressen, du kleine Mongo. Ja. Der war bei B. B lang. B, wie kommst du da raus? Der ist oben über B. B, der ist oben über B. Ja. Lennart. Mhm. Der ist schon bei A drinnen gewesen. Jawoll. Schön gepusht haben bei ihm. Sehr gut. Schön gepusht. Hättest du machen müssen. Ey, what the fuck, Alter. Boah, da hab ich ihn gesehen. Ey, das war aber... Das war aber... Das war aber wohl mal mega gut gepusht, Alter. Der hat dann null... Null Chance gehabt, Alter. Der hat dann null Chance gehabt. Der hat dann null Chance gehabt. So, jetzt würde ich sagen... Kino leidet nicht unter ein... Selbst... Selbst... Aber in Spüreinschätzung. Hä? Erstmal... Leise machen. Das wollte ich euch eigentlich auch gerade sagen. Ihr solltet euch vielleicht noch ein bisschen mehr eure Base chillen. Hä? Wieso das denn, Alter? Wir sind die Angreifer. Ihr seid die Verteidiger. Hä? Hä? Das war damit jetzt gerade nicht gemeint. Natürlich durchaus möglich, dass sie gerade A sind, wenn B nicht B sind. Und wenn wir nicht A sind, dann sind die wohl scheinbar B. Aber wenn die B sind, dann sind wir da schon A. Ja. Deswegen würde ich sagen... Sind die auch einfach auf C. Auf C? Ja. Das ist auf jeden Fall eine sinnvolle... Eine sinnvolle Sache, Sherlock. Wie gesagt, die sind A. Gut kombiniert. Tür. Tür bin ich übrigens, die hier die ganze Zeit auf und zu geht. Okay. Ich höre die Tür noch nicht mal. Stark. Bombe online. Oh Mann, dein ist super. Sehr nice. Alle anderen wurden ausgeschaltet. Du entscheidest das Schicksal dieser Mission. Oh, Keno. Bombe, Dinger. Hey, ihr kleinen Snitches. Ja. Da bin ich ein bisschen zu spät ganz... Unser Plan ist aufgegangen, ne, Keno? Selbsteinschätzung für den Arsch. Wir haben einfach Aim. Keno. Wir können es halt einfach mega. Er sagt ja, ey. Wir sagen, Keno. Unsere Taktik ist aufgegangen, ne? Ich bin ein ganz bisschen zu spät. Ich dachte, man hört... Ich wusste, ich wusste, dass... Ich dachte, man hört das lauter, dass das Ding entschärft wird. Weil das Planten hört man mega laut. Das hört man echt mega laut. Da kannst du echt fast bei A stehen und hörst das. Ich hab gedacht, ich höre das besser. Scheiß Piepen von der Bombe, Alter. Man sieht viel gut, Leonard. So ne... Scheiße, ey. Ja, das hört nicht auf dir. Das hab ich alles rausgeschnitten. Das hat keiner mehr gehört. Also ihr hört jetzt nur mich, ne? Die anderen, die hört ja jetzt nicht mehr. Das hab ich alles rausgeschnitten. Gabel mit GMS, das neue Format. Meldet euch doch mal in unserer Steam-Gruppe, wenn ihr mal Bock auf ne Runde mitzuspielen. Haben wir überhaupt ne Steam-Gruppe? Wir hätten da schon Bock auf ne Runde Kistenkrieg mit euch. Wir brauchen aber noch ein paar Männer dazu. Oder Frauen natürlich. Es ist uns egal. Aber einfach. Ähm, und wenn ihr Bock darauf habt, dann schreibt doch mal in die Kommentare eure Betitelung auf Stimmen. Und das Spiel solltet ihr natürlich auch besitzen. Und dann könnt ihr euch gerne bei uns melden und uns mit uns in Kontakt setzen. Ja. Ja, und dann machen wir riesige Runden hier zusammen. Genau. Können wir auch mal so ne... 300 gegen 300er, ähm, suchen und zerstören. Ja. Ja, das ist ja der Witz. Dann hat irgendjemand einen Hacks drauf und dann geht das schon. Ja. Ja. Wenn es euch gefallen hat, gebt dann einen Daumen nach oben. Wenn es euch nicht gefallen hat, gebt dann einen Daumen nach unten. Schreibt mir in die Kommentare. Schreibt mir in die Kommentare, ob es euch gut gefallen hat. Und... Scheiße. Nicht ver... Ja, der ist... Der geht da direkt raus. Ja, und da holen sie jetzt alle ab. Ähm, und nicht vergessen, wenn ihr Bock habt, mal irgendwie mitzumachen, wie ich schon gesagt, Kistenkrieg wäre eigentlich mega cool. Würden wir uns echt freuen, wenn die sich da ein paar melden. Ähm, wir werden bestimmt noch ein bisschen öfters jetzt mal wieder COD machen. Ähm, ja. Wenn es euch richtig gut gefallen hat, nicht vergessen den Abo-Button zu drücken, ja. Und auch... Und vergesst den Like nicht. Ganz sauber. Und auch gerne mal bei unten in der Beschreibung bei... Und jetzt bin ich weg. Ey, da ist einer YouPow.com. Da könnt ihr auch mal vorbeigucken. Der Yoshi ist unten verlinkt. Ja. Ne. Hä? Ich bin sowieso... Hallo, ich bin ganz oben verlinkt. Ja. Der Lennart ist unten verlinkt. Also auf jeden Fall bei... Schub die Wucht, da bin ich wieder da. Auf jeden Fall mal bei Lennart beim Sender. Dir vorbeigucken. Und bis denn, haut rein. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020